Was sind Akneknoten? Akneknoten sind große Läsionen, die sich unter der Hautoberfläche bilden, wenn ein Haarfollikel mit Hautöl und abgestorbenen Hautzellen verstopft wird. Menschen, die mehrere Knötchen entwickeln, werden als schwere Akne eingestuft, ein Zustand, der äußerst schwierig zu behandeln und zu kontrollieren ist. Viele Patienten, die an knotiger Akne leiden, entwickeln auch Aknezysten. Zysten ähneln Akneknötchen, sind aber weich und mit Eiter und Flüssigkeit gefüllt, während Knötchen sich hart anfühlen. Schwere Akne ist nicht nur eine kosmetische Erkrankung. Akneknötchen sind oft zart und schmerzhaft und können mehrere Wochen oder sogar Monate andauern. Knotige Akne hinterlässt häufig Verfärbungen der umgebenden Haut. Diese Hyperpigmentierung korrigiert sich normalerweise einige Monate, nachdem die Akne des Patienten unter Kontrolle ist. Knötchen und Zysten hinterlassen oft auch tiefe, narbige Narben. Diese Art der Narbenbildung erfordert im Allgemeinen kosmetische Behandlungen von einem Dermatologen wie Dermabrasion oder injizierte Hautfüller, um das Auftreten der Narben zu reduzieren. Patienten, die an Akneknoten leiden, sollten einen Dermatologen aufsuchen, um Hilfe bei der Kontrolle des Zustands zu erhalten. Oberte Counter-Akne-Medikamente und Hausmittel sind in der Regel bei schwerer Akne unwirksam und Knoten, die nicht behandelt werden, treten häufig wieder auf. Einige Fälle von schwerer Akne können mit kurzfristigen Dosen von oralen Antibiotika oder verschreibungspflichtigen Cremes, die Benzoylperoxid und topische Antibiotika enthalten, kontrolliert werden. Isotretinon ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das zur Behandlung von modulärer und zystischer Akne verwendet wird und mit anderen Behandlungsmethoden nicht aufgeklärt wird. Das Medikament ist äußerst wirksam bei der Bekämpfung selbst der schwersten Akne, hat jedoch möglicherweise schwerwiegende Nebenwirkungen. Patienten, die Isotretinon einnehmen, müssen von ihren Ärzten oder Dermatologen auf hohe Cholesterin-Werte, schwere Depressionen und Selbstmordgedanken oder Selbstmordmaßnahmen aufmerksam überwacht werden. Frauen, die Isotretinon einnehmen, sollten Empfängnisverhütung anwenden, da das Medikament Geburtsfehler verursachen kann. Dermatologen behandeln häufig einzelne Akneknoten mit Cortisonschüssen, um Entzündungen zu reduzieren und die Heilungszeit der Läsion zu beschleunigen. Cortison ist ein Steroidhormon, das auf natürliche Weise vom Körper produziert wird, um Schwellungen zu reduzieren. Die Injektion von zusätzlichem Cortison direkt in einen großen Knoten kann dazu beitragen, seine Größe sofort zu reduzieren, was besonders bei sehr großen oder schmerzhaften Knoten hilfreich ist. Patienten, die an schwerer nodulärer oder zystischer Akne leiden, müssen die empfohlene Behandlung ihres Dermatologen auch dann fortsetzen können, wenn alle ihre Akneverletzungen verschwunden sind. Wenn Sie das Gesicht nicht ordnungsgemäß reinigen, Poren verschmutzende Kosmetika tragen oder die Haut mit scharfen Seifen reizen oder schrubben, kann dies zu Akne-Aufflammen führen. Vermeiden Sie das Berühren von zu Akne neigenden Bereichen, das Waschen von Gesicht, Hals und anderen von Akne betroffenen Stellen mit einem milden Reinigungsmittel zweimal täglich und die Anwendung von topischen Produkten, die von einem Dermatologen ein- oder zweimal pro Tag empfohlen werden, sind die besten Möglichkeiten, um Neues zu verhindern Akne-Knötchen bilden.